Also eine bunte Mischung aus verschiedenen Stilen? Aus verschiedenen Stilen. Man kann ja eher sagen, was es nicht ist. Okay, dann wollen wir das auch mal nicht definieren irgendwie. Ja, genau. Okay, cool. Genau, wir haben hier den Kurt, der wird heute ein paar Aufnahmen machen. Das sagen wir aber auch noch mal an. Okay, also wollt ihr dann selber auch noch was dazu ansagen? Wir sagen das nur an, dass die Leute sich nicht gestört fühlen sollen, dass er das gerne machen will. Okay, ja, cool. Dann baut man auch alle Sachen auf und dann schnackt das. Ja, danke.